Als New World Content Creator, um ein bisschen zu representen. Ich will halt Awareness schaffen für mehr Content. Und falls ihr es nicht wusstet, ich bin Waage und mein Ascendant ist Wassermann. Ergo will ich Triple R sein. Ich wollte es nur sagen, ihr habt keine Chance. Das ist spicier Shit, über den wir hier reden.